So dann, hallo Leute, willkommen zu unserem ersten Let's Play Together Minecraft von der Chaos Crew 98. Ja, also das ist mein Multiplayer-Server und meine FPS-Zahl ist sowas von gerade im Arsch. Ich weiß aber auch nicht, woher das kommen könnte. Das ist im Moment kacke. Ja, also Höher wird auch noch mal mitkommen, äh, mitmachen, sicher, äh, wird auch noch sicherlich mitmachen. Also, ich hab hier nur mal kurz was im Creative gebaut und zwar einen Mülleimer für Sachen, die wir nicht mehr brauchen eben. Nicht empfehlenswert allerdings reinzuspringen. Und ja, also hier oder, also jedenfalls hier in der Nähe, so ist das Baum gewesen. Und man konnte auch gleich eine Stadt sehen, also ein kleines Dorf, eher gesagt. Und da gucken wir mal, hey, hier liegt dran Sand. Ey, wir können doch eigentlich auch, ähm, hier bei dem Pool hier hinten, wo ich bin, unser Haus hinbauen, oder? Ja, können wir machen. Weil, hier ist direkt so ein kleiner Wasserzeug und es kommt dann eigentlich ganz gut, ne? Ach, da kommen wir rein. Da sind gleich zwei, die begrüßen uns. Und bevor die uns hier rauslaufen, hehehe, eingesperrt. Ja, hier sind eben noch, wenn wir uns wahrscheinlich noch, dann irgendwann, das, ne, das Glas gewollt ist ja nicht wohl, es geht ja, glaub ich, kaputt, ne? Also, wir können hier eine Werkbank gleich rausholen, ein paar Treppen und so. Also, wir werden hier ein bisschen die Häuser bearbeiten und uns zur Not immer mal ein bisschen was ausnehmen. Komm mal zu mir, hier hinten meine ich. Ja, ich weiß schon, wo du meinst. Und dann hier drüber soll das Haus, äh, hier, wo ich jetzt stehe. Hm, ich weiß schon, wie du das meinst. Oder du stellst das Haus halt hier daneben und machst dann wie so einen Gang zum Pool, das kannst du auch machen. Ja, das können wir eigentlich auch machen. Oder wir bauen unter dem, also wir bauen unter dem Teich, äh, müssen wir den Teich erst aus, also, da bauen wir den Teich am besten erst aus. Also, legen den trocken, markieren uns, wie der Teich da eben verläuft, dass wir dann den erst untergraben. Also ein Wasserhaus oder was? Nee, also, dass wir da unten, dass wir dann unterirdisch so einen Gang zu unserem richtigen Haus, was wir dann hier, hierhin oder so stellen werden. Weißt wie? Achso. Nee, das kannst du auch machen. Aber, ja, wir fangen jetzt erstmal hier am besten an mit Holz fahren. Warte auf mich. Ach, du bist du. Ich bin aber gar nicht weit weg, du kloppier. Ich bin auch nicht so gloppierig. Ich bin auch nicht gloppierig. Was mit Globby? Na, ich bin. Ich meine, FBS-Zeiten. Ops. Wie viel hast du denn? Frips zeigt dann 5, 4, 5. Das ist wirklich so. Manchmal war es auch schon mittlerweile 3 im Lettsplay war es auch schon am Anfang. Ja, solange es noch halbwegs geht. Zweiten Partner nimmt es zu, dann sind Glück auch. Ja, kommst du, es erlägt sich doch jetzt nicht, oder? Doch. Wenn ich jetzt nicht auf dem aufnehmen, geht es wesentlich besser laufen. Ja, du hast ja den Server, da leckt es ja allein schon mal, weil du den Server auch betreibst. Nee, 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 sonst leckst du da auch nicht. Da leckt es nur, wenn ich auch aufnehmen. Ich habe jetzt erst mal 6 Uhr, sollst du mal ein bisschen weiter haben. Ich finde das kacke bei einem Bucket, ey. Ja, da habe ich kein Programm laufen. Wollt nur den Bucket statt, dann steht da ich jetzt wenig Ram, dabei bräuchte ich gar nicht mehr. Also, bräuchte ich gar nicht mehr Ram. Dann würde ich da gerne mal wissen, wie viel Ram so ein Bucket-Server verbraucht, alter. Ich meine, ich habe 8000 Arbeitsspeicher. Ey, lädst du das morgen gleich hoch, das Video, ja? Hm, wahrscheinlich. Ja, morgen nachher. Ja, also, ich meine jetzt heute. Ja, wir haben es mittlerweile schon heute. Ja, heute oder morgen, eben. Ich finde es cool, dass die Nahrungsanzeige hier bei den Texture-Pack in einem Balken angegeben wird. Ja. Das finde ich irgendwie besser. Ja, wie schon erwähnt, ich werde ja dann das zweite Let's Play durchführen, ne? Mit den Texture-Pack weiß ich noch nicht. Ich hatte vorhin mal auf planetminecraft.com geguckt und habe dann so entdeckt, dass hier das Fotorealismen ganz begehrt ist und weiß nur nicht, ob ich dann das Fotorealismen oder das jetzige nehmen werde. Also das, was ich auch habe hier noch. Ja, das Henni-Realismen, oder wie es heißt. Hm, sehr wenig. Ja, also, ich habe im Moment... Ich denke, wir werden auch, glaube ich, beide. Also, ich habe im Moment... Ich habe 12 Volt. Ich habe... Wie viel FPS hast denn du? 5, 6. Ich habe im Moment 324. Also, Leute, wir machen ohne Sheet, auch wenn ihr jetzt hier drüben Too Many Items seht, werde ich nicht brauchen. Ich habe jetzt gerade 350 FPS, lol. Ähm... Ey, unten habe ich, glaube ich, schon eine Mine gefunden, ne? Oh, ja, also, ich mache euch das mal weg, ne? So, Paul nämlich nicht. Wir werden hier eh... Wenn wir was aus dieser Welt machen, werden wir eh aufnehmen. Wir wollten hier eigentlich nichts machen. Ey, ich stelle jetzt mal weg, Bergbank hin. Also, wir werden dann auch wahrscheinlich, äh... Also, sagen wir so, wenn wir... Also, irgendwann werden wir auf Monster umschalten, und dann werden wir dann auch sagen, oder ihr werdet es mitkriegen, wenn wir uns da anmachen werden. Ich würde aber sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal nicht auf den alten Servers, sondern erstmal auf den hier dann, oder? Ja. Ich stelle hier unten jetzt erstmal in die Mine eine... Äh, Werkbank. Und, ähm... Hol uns da vielleicht schon mal ein bisschen Kabel, also... Ja, du, ich habe hier auch noch eine Werkbank. Ich finde es schade, dass die Werkzeuge hier nicht bearbeitet wurden, in einem Textschip hat. Ja, ich kann mir jetzt auch nur eine Holzspitzhacke machen, ne? Hm, das soll ich auch. Also, du bringst schon mal Kabel, ich fahre mir schon mal Sand ab, damit wir hier eine ebene Fläche haben werden. Uh, ich bin auf Eisen gestoßen. Ja? Mhm. Geil. Ich habe es halt dumm, weil ich jetzt im Moment noch eine Holzspitzhacke habe. Ich crafte mir jetzt gleich noch eine, ähm... Fahren wir jetzt drei Steine ab und baue dir erst eine Kabel. Ja, mache ich jetzt auch. Ich habe mir jetzt erstmal eine Steinspitzhacke gecraftet. Äh, wenn du eine haben willst, oder so, muss ich einfach Bescheid ge... Ja, bring einfach dann die Kabel mit Tee her. Uh, bis aber... Warte mal, zwei, drei, vier, fünf, sechs Eisen. Ja, bräuchte ich doch für zwei Spitzhacke. Jo. Ich denke auch, dass wir uns da zwei Spitzhacke draus machen werden, oder? Denk ich mal, ja. Aber wir gucken erstmal. Ne, drei, drei brauchen wir für den Eimer. Brauchen wir ja noch einen Eimer. Also meinst du jetzt eine Spitzhacke und einen Eimer, oder? Ja, genau. Das wäre erstmal die Spitzhacke dann nur für die wertvollen Materialien eben nehmen. Ja, wie gesagt, hier die, ähm, ist jetzt noch nicht so ausgebaut, ne? Die Mene. Ja, deswegen, äh, ich habe mir jetzt auch nicht den Weg gemerkt, wie wir hierher gekommen sind. Also... Guck einfach mal an der Wüste. Oh, siehst du mich vielleicht meinen Namen, sogar? Ne, du bist ja nicht wahr. Warte, ich komme zu dem Wald. Also bitte nicht beschweren, falls ihr Kevin so leicht doppelt wird. Da, und bist du. Siehst du mich. Warte, ja, gleich, komm. Geh schon mal an die Oberfläche. Bin ich. Ja, durch den Stellnamen nicht mehr. Ach, da unten. Hallo, Jogel. Mu. Warte, ich komme mal runter. Wolle jetzt eben was. Ja, hallo. Jetzt sehe ich dich. Komm mal mit, damit erst mal zurück, wenn es hat schon Kohle gefunden. Ne, so ich gerade dann noch. Halt, ich habe jetzt mein Ernst Hölz zu nach Dings überweisen. Ja, hast du schon auch Kabel? Ja, ich habe 22. Ich habe auch schon Holz. Ja, ist klar. Gib mal 8 Kabel, da kann ich denn schon mal da unten drüben oben bauen. Wo bist du? Ja, wird die Miene raus, dann müsstest du mich irgendwo sehen. Oh, hier, die Bäume, die Nerven. Ach, da. Müsste reichen, nimm einfach. Reicht. Zunächst mal so jetzt alles, was ich halte. Ach so. Ich denke mal, ich werde noch nur erst, also 41, 42, 42 werde ich dann mit Schluss machen. Nämlich, ey. Und ja, mit der Zahl meint ich die Minuten des neuen Tages. Ich werde erst mal vier Charcoal machen, damit wir ein bisschen Kohle haben. Okay. Ach so, ich wollte jetzt einen Ofen machen. Hast du noch unbearbeitetes Holz? Hm? Hast du noch unbearbeitetes Holz? Ich mach am besten bei dir so eine kleine Säule bei deiner Miene. Ich hab vielen noch unbearbeitet. Die anderen habe ich schon in Wurtenplanks gemacht. Ich hatte eh nicht viel Holz. Ach so. Ja, dann packen wir jetzt mal zwei Bretter rein. Ich weiß ja nicht. Und rutzel mal kurz ins Kohle zusammen. Ich mach mir jetzt nur mal ne... Mit Holzkohle machen. Auch ne Idee. Ich mach das noch mal ne Axt. Ich mach das noch mal jetzt ein bisschen Holz. Oh, boah. Oh, ey, ich mach noch ein Holz, ne? Für... Die vier Charcoal, ne? Also für die Holzkohle. Brauch ich vier? Oh, das gibt's doch nicht, ey. Vier Dinge? Drei Dinge, Mensch. So, das ist leer. Ich werd erst nur zwei Kohle für Dinge verwendende Fackeln. Was mach ich denn da? Ach so, alle mit allem mal. Pack mal auf, wie er rüber ist. So, und mal sehen, wo packt man denn die Fackeln hier hin. Oh, die Fackeln sehen lustig aus. So, ich löscht mal ein bisschen den Weg, ne? Okay. Ich mach dir irgendwo in deiner Mine, irgendwo in der Nähe, ne, deiner Mine ist irgendwo in Paris, stell ich noch mal hin. Dort auswirftest du die Reste. Ist 41. Ah, du bist witzig bei mir. So, ich dürfte ja irgendwie sein. Also, einfach der Lichtspur vor irgendwo ein bisschen, ne? So, ich sehe dich. So, ich fahre mit meinem Video rein. Hey, Julian ist noch an. Vielleicht will ich mir auch gleich mitmachen. Also, der erste Part ist ja jetzt eh schon vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, den Kevin auch. Bis dann!